Ich bin Thomas Dittmeier, Geschäftsführer von Dittmeier Versicherungsmakler. Wir sind der Experte, wenn es um Versicherungen rund um Verkehrsbetriebe geht. Unser Team aus über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich um die Versicherungsangelegenheiten von mittlerweile über 1000 Verkehrsunternehmen. Das sind die Branchen Omnibus, LKW und Taxi. Für unsere Arbeit haben wir einen Innovationspreis Top 100 gewonnen. Sowohl bei der Vertragsbearbeitung, aber auch bei der Stelle in der Schadenregulierung ist der Kunde ständig in ihrem Fokus. Sie versuchen für ihn das Optimale herauszuholen und kümmern sich um seine Versicherungsprobleme und finden die beste Lösung. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Leistungen wie eine betriebliche Krankenversicherung, eine Gruppenunfallversicherung, freies Obst am Arbeitsplatz, Getränke, Massagen gehören für uns wie selbstverständlich dazu. Für Sie gibt es bei Dittmeier eine Weiterbildungsakademie. Das ermöglicht Ihnen, sich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Sie bringen Begeisterung im Umgang mit Kunden mit. Erst wenn der Kunde zufrieden ist, sind Sie es auch. Sie passen gut zu uns, wenn Sie Spaß daran haben, sich um unsere anspruchsvollen Gewerbekunden zu kümmern. Sowohl in Teamarbeit als auch eigenverantwortlich. Vielen Dank für die Aufmerksamke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017